Please hold for a very important message. Und weil das heutige Video eins ist, was mehrere Leute aller Voraussicht nach gucken. Ich habe es nämlich gestern schon in einem Love Island Video erwähnt. Love Island ist drei Monate alt. Ich hatte noch ein paar Folgen, die ich jetzt zu Ende bringe. Das gucken sich natürlich nur die wirklich eingesessenen Schnuffelhasen an. Aber deswegen sage ich es heute nochmal. Ich weiß, ich habe viel um den heißen Brei jetzt gelabert. Aber Papa war im Interview. Ich bin Papa. Und diese Sachen, die ich da gesagt habe, die könnt ihr gerne nachlesen. Der Link zu dem Zeitungsartikel ist einfach unten in der Infobox. Und jetzt geht es hier los. Naja, also jetzt habe ich mich auch selber schon lange nicht mehr erlebt. Ich glaube, ich habe das erste Mal so eine Eifersucht gespürt. Um dich ein bisschen zu beruhigen, das sind die letzten Bilder, die du... Ja, besser ist es auch. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich die Eifersucht ist, die er gespürt hat. Oder einfach die Kränkung. Weil sie hat ja einfach gesagt, er hat sein Nacho nicht unter Kontrolle. Und kriegt ihn einfach nicht rein. Schon seit einem Monat. Ich weiß, das ist gerade super hart für dich, deswegen... Nein, das ist nicht verraten. Mir geht es ums Prinzip. Ich würde niemals mit einer anderen Frau darüber reden, wie unser Sexualleben ist. Das geht doch keinem Mensch was an. Ich habe es ja schon in der letzten Folge angemerkt. Erzählt es nicht auch zu dem sogenannten Sexualleben, ob du dir da unten den Nacho abgeschnippelt hast oder nicht. Wie ihr verhütet und so. Und ob sie das auch weiß oder nicht, dass ihr überhaupt so verhütet. Das zählt ja auch alles zu diesem großen Thema. Ein Mensch bei dir. Bei wem ist es? Bei ihm oder bei mir? Bei ihm, ne? Ja, weil du wahrscheinlich auch nicht mitbekommen hast, dass er tatsächlich über das Leben im Bett geredet hat mit den Mädchen. Sonst hättest du doch jetzt auch nicht so reagiert. Emi, du scheinst dich sichtlich wohl zu fühlen. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Ich fühle mich auch sehr sicher, dass Udo nichts machen wird, was mir nicht gefallen wird. Ich bin auch besser als jeder Einzelne, die da drin ist. Bei Emi sehe ich auch so ein bisschen so dieses, sie war in der Schule wahrscheinlich auch mal nicht so beliebt. Das könnte ich mir sehr, sehr gut bei ihr vorstellen. Das sind jetzt alles nur Mutmaßungen. Aber daher vielleicht dann auch die Transformation, die vielen Eingriffe. Und auch immer dieses, ich muss jetzt auch ernsthaft euch einmal sagen, ich bin hier die Tollste und ich habe hier gar keine Konkurrenz. Das macht man manchmal als Schutzstrategie, um sich selber eben zu sagen, hey, du bist viel, viel geiler, als du wirklich denkst. Beziehungsweise als dein Schattenkind sich selber sieht. Es gibt ja einige Dinge, die dich an der Beziehung stören. Was sind das denn für Dinge? Ja, also zum Beispiel, dass ich tatsächlich wirklich einmal im Monat von Madrid nach Deutschland fliegen muss, um ihn zu sehen. Mir reicht es eigentlich, dass wir einfach nur über FaceTime ein bisschen kommunizieren und dass ich so einen Freund habe, um hier mitmachen zu können. Also ich verstehe diese Dramamusik gar nicht. Ihr Comedian ist einfach ans Bett gegangen. Er liegt da, als wenn er auf einer Klassenfahrt wäre. Die andere ist ein Meter von ihm entfernt. Meine Güte, das ist doch jetzt überhaupt nicht schockierend. Udo, was glaubst du, wie sich Emi im Moment so schlägt? Emi wird sich ganz wacker schlagen. Emi wird sich auch von der besten Seite zeigen. Ich weiß auch, dass Emi sehr, sehr provokant ist und alles ausreizt, was irgendwie geht. Ich glaube, ich kriege noch ein paar harte Bilder zu sehen. Aber ich habe mir schon das Schlimmste ausgemalt in meinem Kopf. Und deswegen wird es mich gleich nicht vom Hocker hauen. Also wenn, also ich, für mich ist das ja auch keine, ich kann einfach nicht glauben, sagen wir es mal so, dass die beiden wirklich zusammen sind, ne? So, aber sollten zwei Menschen miteinander zusammen sein und deine Partner malt sich schon das Schlimmste aus. Ich meine, was ist das denn für eine Basis? Was wäre denn das Schlimmste, was du dir ausgemalt hast? Naja, das, natürlich gibt es eine Abmachung. Es gibt immer eine Sache, die, ähm, die nichts übertreffen kann. Das ist irgendwie, wenn ich, wenn ich sehe, wie die Bettdecke wackelt oder so, aber das glaube ich nicht, dass ich das sehe. Ja, und wie ist es, wenn sie tatsächlich einfach spitterfasernackt in der Dusche mit einem anderen Mann verschwendet und du gar nicht sehen kannst, ob es wackelt oder nicht oder ob es drin ist oder nicht? Und jetzt wird denen halt genau diese Szene gezeigt, wie sie da mit dem Dominik, der sie ja eigentlich gekorbt hatte, die Emy, drum diskutiert, ob er sie jetzt begleiten darf in die Dusche. Und dann sagt sie, ja, darfst du aber nur, wenn du nicht kookst. Auch meine Glocken. Kuckst du jetzt zu beim Duschen? Wer nicht der Erste, den ich gesehen hätte? Wie schockiert diese, wie soll ich sie sagen, welcher Typ Mann ist das? Ich sag mal so, der Otto-Normal-Verbraucher, der Otto-Normal-Mann einer solchen Trash-TV-Sendung. Was? Sie hat gesagt, sie hat schon mal andere Genitalien gesehen von einem Mann? Oha, tschüss! Wie kann sie nur... Ja, also, das ist ein... Am dritten Tag. Am dritten Tag. Wenn es der fünfte Tag gewesen wäre, wäre es vielleicht noch in Ordnung gewesen. Ich bin viel gewohnt und ich habe auch viel erwartet, aber das ist ein Punkt, wo ich jetzt schon sage, du brauchst ja keine Zukunft im Bett. Wenn du jetzt schon merkst, dass... Da braucht man ja nicht über eine Zukunft nachdenken. Warum sitzt du da jetzt noch? Also, warum bleibst du jetzt mit ihr zusammen? Naja, das ist so... Das klang ja wie so eine Escort-Dame. Man geht doch nicht mit irgendeinem duschen. Ja, man trägt auch nicht andauernd zu kleine Bikini-Oberteile und rennt überhaupt immer in seinem Leben im Bikini rum. Ich meine, dieses Escort-Dame und dass sie eventuell in den Augen seiner Instagram-User eine Professionelle ist, ähm, das scheint ihn ja schon zu stören. Also, ich meine, warum suchst du dir dann dementsprechend deine Freundin aus? Also, es gibt ja auch Leute, für die ist es keine Schwierigkeit, wenn die Freundin in diese Schublade gesteckt wird. Aber ich habe das Gefühl, er sucht eigentlich nach einer natürlichen Freundin, wo man denken würde, sie sei Bibliothekarin. Aber, das ist Emmi ja nicht. Udo, was sagt dir das denn, dass sie schon so früh so weit geht? Ja, das ist krass. Ja, es zeigt mir halt einfach, dass ich sie liebe. Und dass sie einen feuchten Furz auf mich gibt. Nein, er liebt sie doch auch nicht, oder? Also, ich meine, was soll das? Wir wollen doch beide nur Fame, glaube ich. Ich ziehe das durch und am Ende schaut man dann, ob man den Weg gemeinsam geht oder ob man eben getrennte Wege geht. Ja, ich meine, genau so würde ich es auch machen, ne? Also, einfach die Show jetzt auch mitnehmen. Man hat ja auch einen mitwirkenden Vertrag unterschrieben und er ist ja Comedian. Das bringt ihn natürlich weiter und sie ist das, was sie eben ist. Auch Reality-Sternchen, da geht man jetzt nicht, wenn man betrogen wird. Das zieht man jetzt bis zum Ende durch. Wie das jeder normalo im wahren Leben auch machen würde. Erstmal zwei Wochen warten, bevor man dann Schluss macht. Der Fußballer hat ja ein paar Päckchen, ne? Das habe ich direkt gemerkt. Und Katie auch. Katie hieß sie, ne? Wie die auch schon seit sieben Monaten immer zusammen sind, einkaufen gehen und alles. Und er erklärt uns jetzt einmal, woher das rührt. Ja, ich habe sehr früh damals meinen Vater verloren. Ich hatte nur noch meine Mutter als eine Person, wo diese ganz, ganz mega kranke Liebe ist. Jetzt ist Kate wieder als zweite Person dazugekommen. Und da ist natürlich diese Verlustangst. Mega krank, dass du wieder von zwei auf eins fällst. Er sagt das ja eigentlich schon selber, ne? Es ist einfach nur mega krank. Es ist einfach nur mega krank, wo er Kate jetzt auch eingeordnet hat und so. Und das müsste man echt mal lösen, ne? Diese Spannungen im Hirn. Aber schläft sie gerade im Bett und er kniet am Boden? Ja, ja, normal, wie ein Knecht, Junge. Das ist doch einfach so ein Knecht, ne? Dass er ja da die Pfoten massiert, obwohl er gar keine Füße mag. Und sie hat auch noch so angeschmollene Füße. Das ist einfach ein Knecht. Aber, was halt wichtig ist, auch für den weiteren Verlauf, ist, dass Kate sich ja doch gerne anditschen lässt. Die lässt sich massieren, eincremen und so weiter und so fort. Oh Gott, Joghurt, Junge. Mein Vater, Alter. Also, euer Ernst? Was warst du heute für einen Idioten? Joghurt, warum feiert ihr den an? Ich hasse den. Ich bin vor allem versöhlich auf den. Das ist ein Kollege von euch? Ja, ich kenne den. Wen wundert's, ne? Also, warum wundert mich das jetzt nicht? Dass die sich sympathisch finden und dass die zusammen abhängen. Wir kennen den normal. Das ist unser Kollege. Dann macht der keinen Scheiß. Nein, der ist korrekt. Der ist korrekt. Vor allem auch der Rechte, ne? Also, der, der so rumgeheult hat, weil er keinen Hoch bekommt. Sagt erstmal, nee, nee, der ist korrekt. Der macht keinen Scheiß. Und dann später sagt er, den Joghurt, den holt man sich in die Sendung, wenn man möchte, dass er Knickknack im TV macht. Also, ich meine, weißt du noch, was du zu dem einen Zeitpunkt gesagt hast? Ja, Mexiko in den Knast rausgeholt, oder? Das ist einfach sein Look, ja? Der ist Tätowierer. Der tätowiert zwar nie, weil er immer irgendwie im Fernsehen ist und so. Auch wenn er vergeben ist, macht er hier den Verführer. Aber der ist eigentlich gelernter, studierter Tätowierer. Und was sagst du zu dem neuen Verführer? Das ist ein Dulli in meinen Augen. Was soll ich dazu sagen? Erstmal schön abwerten, ne? Ist ein Dulli. Also, ich hab den jetzt einfach drei Minuten lang gesehen oder zwei Minuten, hab ich noch nie vorher in meinem Leben gesehen. Joghurt, sagt mir gar nichts. Ess ich gerne, aber kenn ich nicht. Ist einfach ein Dulli. Verstehst du, warum Kate so nervös war? Wahrscheinlich kennt ihr den irgendwoher. Keine Ahnung, würde ich jetzt mal denken. Es sah so aus, dass ich ihn kennen würde, ne? Bei ihm, glaube ich, hat er auch so, dass er denkt, die Welt ist eine Scheibe. Ja, ich kenn Joghurt, ja, sieht ein bisschen gefährlich aus, der Dude, aber ist ein herzensguter Mensch und der wird da, denke ich, keine Scheiße bauen. Der wird da, ganz im Gegenteil. Ja, wir haben Joghurt ja schon mehrere Male erlebt im Fernsehen und haben auch gesehen, ne? Für ihn ist Feminismus ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Frauen sich gut fühlen und nicht benutzt, keineswegs. Super, super wichtig. Also, der wird da für ein Niveau sorgen und dafür sorgen, dass die Frauen der Versuchung nicht nachgeben. Da bin ich mir ganz sicher, er ist ein ganz, ganz toller Dude. Ja, und jetzt wird der Katie erst mal gezeigt, wie ihr Fußballer ein Labdance bekommt. Ja, und er wird richtig gerieben an seiner Nudel und er macht halt nix. Die Alte war gerade mit ihrem Arsch an seinem... Ich meine, da kann man doch auch sagen, so ey, das ist... Ja, aber er hat's ja nicht gemacht. Kann er nicht Nein sagen. Ja, eigentlich schon. Er hat's mir ja versprochen. Geht's eigentlich noch? Wie ekelhaft. Ich hoffe, dass ich keine Bilder mehr bekomme, wirklich. Ich möchte nichts mehr sehen, mir reicht's. Ich hätte auf jeden Fall erwartet, dass sie komplett anders reagiert. Ich dachte, sie dreht jetzt erstmal richtig durch und heult und so, aber nein. Sie findet es einfach nur widerlich. Ich bin auch so jemand, so ich, äh... Vielleicht ist es auch ein bisschen, ein bisschen, weil ich so aus dieser Fußballbranche komme, aber ich mag edle Frauen und so, weißt du? So, wo ich weiß, okay, ey, die findet jeder geil und so, ja, die findet jeder geil. So, das brauch ich auch ein bisschen so. Wo ich so, das edle ist nicht so was. So nach 15 Jahren geht nicht mehr. Will er der Verführerin gerade zu verstehen geben, dass er sie als edel einstuft? Naja, aber ich meine, wenn du Porzellanzähne hast, dann ist das ja eine Art Veredelung, ne? Wenn du auch Implantate für 4000 Euro hast, ist das ja auch ein Upgrade. Das ist ja schon dann eine Veredelung. Auch die Tunnel im Ohr, das kann schon als Veredelung gesehen werden, weil da kommt da mehr Luft durch. Also auch, ist schon edel, ne? Auch die Extension, ja, die sind ja teuer. Das ist ja alles dann einfach edler nochmal, ne? Wer braucht denn schon eine wunderschöne, natürliche Frau? Dann sagt eine der Verführerinnen tatsächlich, diese Porzellan-Frau sei die bessere Version von Kate. Sie ist die bessere Version von Kate. Nee, ach, ich hab gar keinen Bock mehr. Kate ist richtig schockiert. Also man sieht's nicht, ne, weil viel Botox, aber sie ist halt richtig so, nee, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Bestere Version als ich? Nee, das kann gar nicht sein. Ich bin viel schöner. Also wenn ich irgendwie sehe, dass die irgendwie anfängt oder er bei ihr irgendwelche Körperteile einmassiert, dann war's das für mich. Ich hab ihm das gesagt, ich komm nur herher, wenn wir uns wirklich vertrauen, wenn wir halt danach auch halt wirklich den nächsten Schritt gehen. Das würde ich euch beiden tatsächlich nicht empfehlen, so aus der Ferne. Wobei, wenn man wirklich dran arbeitet, kann man alles schaffen, ne? Aber, ähm, sie lässt sich ja auch Körperteile massieren. Von daher verstehe ich jetzt gerade ihre Doppelmoral nicht. Er kann sich ja die Körperteile massieren lassen, wie sie auch, aber wenn das Vertrauen herrscht, ist doch alles in Ordnung, oder? Und ich bin gerade wirklich sauer. Ich bin so sauer auf ihn, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist mein Mann und ich, mein Mann und ich bin die Einzige, die meinen Mann anfassen darf. Und mich dürfen halt auch andere anfassen, aber das ist was anderes, weil ich bin die Einzige, die ihn anfassen darf. Das ist einfach so, das muss nicht, das Leben ist nicht fair. Guck dir mein Gesicht an, das ist nicht fair. Heute, das, was ich bis jetzt gesehen hab, ab jetzt hab ich wirklich jeglichen Respekt verloren. Digga, bei dir war es einfach eng, Digga. Ich hab jeglichen Respekt verloren. Ja, lass ich lauf, was sie gemacht hat. Ja, Udo, ist krass, muss ich ehrlich sagen, so wie das sieht. Ja, deine innere Ruhe ist brutal. Ja, hast meine gemacht, Digga. Oder ich wär direkt gefahren. Digga, ich wär direkt zum Flughafen, Digga. Ich hätte ein freies Flugticket zum Flughafen von sich nach Hause, nach Berlin gekriegt. Ey, Leute, ihr macht's nicht besser. Ich liebe es, wie unempathisch einfach diese Jungs sind. Dem geht's eh schon scheiße. Und dann sind wir so, ey, ich wär direkt nach Hause gefahren, wenn meine Freundin so eine Ho-Ware wie seine. Bro, wir sind echt immer für dich da. Aber wir wären echt gegangen, das geht gar nicht. Du musst richtig erniedrigt. Das ist einfach nur Erniedrigung pur. Das stimmt, das ist, ey, der letzte Schwanz. Ich weiß jetzt schon wieder, was ich für Instagram-Nachrichten bekomme. Also da hätte ich dich jetzt echt ein bisschen schlauer eingeschätzt. Ist doch klar, dass du so eine Nachricht bekommst, wenn du mit so einer vorgibst, zusammen zu sein. Also ich find's krass, dass du so ruhig geblieben wirst. Ich hätte ja, wenn ich deine Idee so... Ich bin kein Typ dafür auszurasten. Ja, aber trotzdem, du hast ja nicht mal so... Du hast ja keine Mimik verzogen. Du siehst ja nicht, was hier... Ja, aber du hast keine Mimik verzogen, so. Und Udo ist so, ich bin halt einfach nicht so asse wie du. Sag mal, wir sind einfach zwei unterschiedliche Schläge von Mensch. Schlag von Mensch, Schläge von Mensch. Guck uns doch einfach auch mal an, der Vergleich. Einfach, wenn wir einen Raum betreten. Yogo? Ja, cooler Typ. Krasser Typ, auch groß, gut gebaut. Vergeben, ne, mit Partner-Tattooschen am Arm. Also, voll der krasse Typ, ne. Seine Freundin kenn ich auch, die Mariposa. Ich war schon bei denen auf der Verlobung. Voll schön, dass er jetzt hier ist als Verführer. Wenn man Sexappeal in der Sendung braucht, dann ruft man genauso einen an. Wenn man auch die Kindheitstraumata von Frauen aufwecken will, wachrütteln will, dann ruft man den auch rein. Weil die wollen alle unbedingt den für sich gewinnen, obwohl sie ihn nicht haben können, weil er so lost ist. Also, es ist echt super. Der ist auch so einer, der hat Sex in der Sendung. So, deswegen habt ihr einen guten nachgelegt. Aber vorhin hast du halt gesagt, dem kann man vertrauen, das ist ein Guter, ne. Und die Mädels kommen jetzt wieder ins Haus und einer der Verführer gibt erstmal ein Statement über die Visagen ab. Die Gesichter der Mädels waren, würde ich mal sagen, so eine Mischung aus geschockt und traurig. Also, bei drei von vier Mädels kann ich dir sagen, das ist Dauerzustand. Das liegt dann eher am Botox. Was hat er gesagt? Geschockt und traurig? Ja, das trifft zu. Das ist so dieses. Das ist dann einfach lahmgelegt. Aber die können dann auch glücklich sein in Wirklichkeit. Und bei der Sandra, die du gerade hier zuletzt, die zuletzt eingeblendet wurde, da ist es eine wahre Emotion, die man aus dem Gesicht lesen kann. Jetzt brauchen wir ja auch nicht mehr aufpassen, dass man nicht einer hier ein bisschen zu nah dran steht, ne. Was man gibt, kriegt man nicht. Oh wow, woher auf einmal diese Self-Confidence? Also, bis jetzt hat dein Freund ja auch nicht so viel gegeben und du möchtest unbedingt mit ihm zusammenziehen und so. Also, ich hoffe, du wachst jetzt auch auf. Kate ist halt ein sehr emotionaler Mensch, das weiß ich. Aber trotz dessen soll sie sich irgendwie den Kopf hängen lassen wegen dem jetzigen Partner, ja. Ich finde es richtig gut. Also, ich finde von Joghurt die Einschätzung zur Liebe immer sehr, sehr, sehr hilfreich auch. Sie soll jetzt den Kopf nicht hängen lassen. Mariposa ist auch zu Hause und lässt den Kopf nicht hängen. Die versteht auch, dass Papa arbeiten muss und hier im Fernsehen rumflaxen muss. Also, das verstehe ich nicht an Kate, warum die immer so traurig ist. Und jetzt kam noch ein Single-Mann rein. Wer denn? Jogo. Hau ab, ernsthaft? Ja, aber schau mal, das ist doch klar. So einen rufst du, also ich kenne den Sorry-Bruder, ne, aber so einen rufst du an, wenn du Sex irgendwie brauchst. Den rufst du so an, wenn du Sex in einem Format sehen willst. Er ist auch so ein ekelhafter, ne. Also, wirklich so ein ekelhafter. Die ganzen Verführerinnen sind so, oh mein Gott, wir sind in der falschen Villa. Weil irgendwie will jede Frau ja mit Joghurt ausschlafen, ne. Verstehst du doch gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja. Was sagt denn hier der Fußballer jetzt? Der neue Verführer ist reingekommen. Klar, so hat so von den Bildern so ausgesehen, als wenn Kate ihn kennen würde anscheinend. Aber was da genau abging, boah, das weiß ich nicht so. Und unabhängig davon, das ist auch gar nicht Kates Typ. Du bist halt immer noch ziemlich spratzig unterwegs, ne. Also, es wäre jetzt schon schlau gewesen, wenn du in der Zwischenzeit vielleicht gesagt hättest, ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Das ist unser Hauptstreitpunkt. Joghurt, klar, ich kenne ihn nur unter Joghurt, nicht Jogo. Ähm, ja, den kenne ich natürlich. Deswegen werden die ihn nächste Sendung hochnehmen. Weil dann kommt raus, dass er tatsächlich weiß natürlich die ganze Zeit schon, wer Joghurt ist. Da wollen die mich noch verraten, so, weil ich glaube, Kate hat sich von Joghurt mal was stechen lassen, so, ne. Wie jetzt? Durchnehmen lassen oder wirklich stechen lassen mit dem Tattoo? Ne, er erzählt wirklich, dass Kate Nervose im Intimbereich von Joghurt sich stechen lassen hat. Das bedeutet, er geht seiner Arbeit doch nach, ab und zu. Ich und Kate haben so ne schöne und stabile Beziehung. Dieser Test, der wird uns nur helfen. Der wird uns nur noch mehr zusammenschweißen. Und deswegen gehe ich jetzt auch rein, nehme meinen Drink und dann warmos a la Playa. Ihr könnt gar nicht an die Playa. Oh, ich liebe seine Naivität. Ihr seid doch in der Villa gefesselt, weil man euch da aufnehmen kann. Was von den Playa? Das Problem ist bloß, am selben Tag noch, wo wir hier eingezogen sind, in der Früh haben wir gefögelt. Das heißt, das ist ja nicht mal vier Nächte jetzt her, um die meint zwei Wochen. Er kann das halt immer noch nicht verkraften, dass seine Freundin gesagt hat, dass er sie nicht flachlegen kann. Wir haben wirklich, Bruder, vor vier Tagen habe ich die flachgelegt. Die hat es zwar nicht gemerkt, aber es war richtig krass. Was labert die? Ich würde das auch sehr verletzen, wenn meine Freundin private Sachen aus der Beziehung einem fremden Mann erzählt. Und natürlich obendrein auch, dass sie horny ist. Also es geht einfach gar nicht. Es geht einfach überhaupt nicht. Also es geht einfach überhaupt nicht. Eine Frau hat überhaupt nicht, horny zu sein. Also wenn wir mal zu einer Frau sagen, wir haben dicke Eier, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber dass eine Frau wirklich sagt, sie hat Bedürfnisse untenrum, geht gar nicht. Ich möchte jetzt Klautschmusik, ich will viel Musik und ich will meine Hüfte wackeln und ich will Party machen. Kriegen wir es hin? Ja, das kriegen wir hin. Sie kommt irgendwie so rüber wie so eine Abiturientin, die gerade das erste Mal in Lorette Mar ist. In Lotte Mar. Sollte ich so, ich will ein bisschen Party machen. Ich will ein bisschen meine Hüfte kreisen. Und Musik, ja? Okay DJ, hörst du? Also dieser Nacho-Typ, also nicht Nacho-Typ, der ja nicht Probleme hat untenrum. Er redet jetzt nochmal über Udo und sein Leben. Sie hat ihn in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Ja okay gut, meine Güte. Die einen stellen sich halt selber bloß, wenn man dich zum Beispiel anguckt und die anderen werden bloßgestellt. Es ist einfach ein Geben und Nehmen. Udo ist halt super geknickt, ne? Weil Emi, die Frau seines Lebens, ist halt einfach ganz anders als er gedacht hat. Ich bin halt super empathisch und merk halt, und dass es dir halt gar nicht gut geht damit. Ne, ist halt hart, ne? Gerade jetzt. Also wenn es hart ist, sie guckt ja schon in die richtige Richtung, dann kann sie dir vielleicht auch mal helfen. Wenn es jetzt gerade einfach super hart ist, dann kann sie ja zur Hand gehen. I said it's getting harder here to take off all your clothes. Ich werde mich morgen was schämen. Udo ist auch mit auf Lorette Mahl, ne? Er ist auch das erste Mal irgendwie auf Party so, wie der da aussieht. Und allgemein diese Partystimmung ist auch einfach super exklusiv und niveauvoll. Drei von denen haben nichts drunter. Ja, da könnt ihr direkt einmal anfassen. Ist alles offen, ne? Voll geil. Dominik, wie ihn einige nennen. Hat er jetzt geduscht mit der Amy. Ja, so ist er jetzt wieder an Amy dran, oder wat? Ja, ich werde auf jeden Fall für Paulina da sein, weil ich sie auch ehrlich gesagt schon in mein Herz geschlossen habe. Also, ganz ehrlich. Damit kann sie sich nicht viel kaufen. Das glaube ich dir auch zu 0%. Als würde er da so eine Olle, so eine Vergebene in sein Herz geschlossen haben. Ich weiß, wie heftig ein cool Charakter verändern kann. Und das tut es bei Henrik. Bei Henrik verändert es Charakter und zwar im negativen Sinne. So, und wie oft soll ich das noch sagen, dass ich das wirklich schlimm finde? Hm. Manchein bringt es ja nichts, wenn du es so oft sagst. Und er hat uns ja auch erzählt, er will dich heiraten nach dieser Show. Von daher finde dich damit ab, würde ich sagen. Trink einfach immer mehr, dann merkst du es nicht. Ich habe so geweint. Wirklich niemand hat geheult heute. Nur ich, obwohl ich gar nicht die... Ich habe die wenigsten Bilder von allen bekommen. Und eigentlich auch gar keine schlimmen. Aber es war so... Das hat mich voll aus der Bahn geschmissen. Und ich bin gar kein öffentlicher weiter so. Oder irgendwie ist es voll unangenehm eigentlich. Ich würde ja echt sagen, du hättest dich auch einfach in den Garten setzen können und mit einem Baum reden können. Ich finde, sich dem Dominik anzuvertrauen, ist halt einfach... Das ist verschwendete Lebenszeit. Dominik gibt mir gerade einfach ein sicheres Gefühl. Er ist für mich da. Und er hilft mir irgendwie nicht mit meinen Ängsten alleine zu sein. Oh mein Gott, bitte bleib bei Henrik. Also Dominik ist halt wirklich echt albern. Guck dir einfach mal die Wiedersehensshow von I am the one an. Wie er mit Frauen umgeht. Wie gehässig er ist und so. Ich frage mich halt, hält er das zwei Wochen durch? Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also jemanden wie ihn braucht man halt einfach. Der einen beruhigt. Der einem dabei hilft, dass man mit diesen Ängsten gut umgeht. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Der wird es nicht schaffen. Tut mir leid, süße. Ich persönlich denke, dass die beiden keine Zukunft haben. Ja, hätte ich Paulina als Freundin, glaube ich, wäre ich so mäßig. Da kann man sich echt als Mann glücklich schätzen. Bitte, bitte, bitte. Lässt sich nicht drauf ein. Also hätte ich Paulina als Freundin, dann mäßig wäre ich so mäßig. Der wird der glückliche Mensch, glaube ich. Aber nur so mäßig. Ich weiß nicht genau. Sieht auf jeden Fall so schön aus. Dann gibt er einen Fick auf deine Meinung. Es tut mir leid, Paulina, aber es ist so. Jetzt muss ich dir ein bisschen ins Gewissen reden. Das ist Männerdenken. Was ich mache, Mann? Was für ein Mann denkt? Okay, warte mal. Aber das war jetzt ein Eigentor. Weil wenn er sagt, dein Freund gibt einen Bums auf deine Meinung, ich weiß, wovon ich rede. Ich wäre genau so. Dann bist du jetzt ja auch keine Alternative. Er ist einfach ein unheimlich toller Mensch. Und es passt einfach extrem gut. Ich glaube, sie ist besoffen. Sie hat sich ihn schön getrunken. Weil ich finde jetzt nicht, dass er unbedingt so ein richtig toller Mensch ist. Weiß sie auch, dass er gerade mit der Amy noch gebadet hat, zusammen geduscht hat und die sich ihre Genitalien angeguckt haben? Weiß sie das? Naja, ich weiß nicht. Ich hoffe, sie bleibt stark und bleibt bei Henrik. Tschüss. Tschüss.